Willkommen im Device. Heute werden wir uns die besten Powerbanks für Laptops ansehen. Der Amigat PBQ2010 ist ein leistungsstarker externer Akku mit einer Kapazität von 20.000 mAh. Er bietet genug Energie, um Smartphones, Tablets und andere Geräte mehrfach aufzuladen. Mit seinen 30-Watt-USB-C-PD-Anschlüssen ermöglicht er schnelles Laden und kann ein Smartphone in etwa 30 Minuten bis zu 50% aufladen. Zudem ist er kompakt genug, um ihn bequem auf Reisen mitzunehmen, da er die 100-Watt-Stunden-Grenze für Flugreisen nicht überschreitet. Ein Nachteil des Geräts ist, dass das benötigte 30-Watt-USB-C-Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten ist, was zusätzliche Kosten verursachen kann. Zudem könnte das Gewicht von 375 g für einige Nutzer als etwas schwer empfunden werden, vor allem, wenn sie eine leichtere Powerbank bevorzugen. Insgesamt ist der Amigat eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die eine zuverlässige und leistungsstarke Powerbank suchen. Er bietet schnelles Laden und eine hohe Kapazität, was ihn ideal für lange Reisen oder intensive Nutzung macht. Die Kosten des Geräts können über den Link in der Videobeschreibung eingesehen werden. Der Samsung EBP4520 ist eine leistungsstarke Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität und 45 Watt Superfast Charging 2.0. Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, Ihre Samsung und andere kompatible Geräte blitzschnell aufzuladen. Mit drei USB-C-Anschlüssen können Sie gleichzeitig bis zu drei Geräte aufladen, was maximale Flexibilität bietet. Ein weiteres Highlight ist die umweltfreundliche Konstruktion. Die Powerbank enthält 5,9% recycelte Materialien, was zur Reduzierung von CO2-Emissionen beiträgt. Trotz seiner vielen Vorteile hat dieses Modell einige Nachteile. Sie unterstützt kein kabelloses Laden, was bedeutet, dass Geräte wie Smartwatches nur über die USB-C-Anschlüsse geladen werden können. Außerdem kann die Ladegeschwindigkeit variieren, abhängig von den angeschlossenen Geräten und den Ladebedingungen. Das Gewicht von 402 Gramm könnte für einige Nutzer ebenfalls als schwer empfunden werden. Insgesamt ist der EB-P4520 eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine zuverlässige und leistungsstarke Powerbank suchen. Er bietet eine schnelle und effiziente Ladeoption für mehrere Geräte gleichzeitig und ist zudem umweltfreundlich gestaltet. Den aktuellen Preis finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Der Evertronic ET-PB005 ist eine leistungsstarke Powerbank mit einer Kapazität von 20.000 mAh und einer maximalen Ausgangsleistung von 60 Watt über Power Delivery 3.0. Diese Powerbank verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse und zwei USB-A-Anschlüsse, was ein gleichzeitiges Aufladen mehrerer Geräte ermöglicht. Ein LED-Display zeigt den aktuellen Ladezustand an. Sie ist ideal für das schnelle Aufladen von Laptops, Smartphones und anderen kompatiblen Geräten unterwegs. Einige Nachteile des Geräts sind sein relativ hohes Gewicht von ca. 430 Gramm und die Tatsache, dass es kein kabelloses Laden unterstützt. Darüber hinaus kann die Ladegeschwindigkeit je nach angeschlossenem Gerät und den aktuellen Ladebedingungen variieren. Insgesamt ist der Evertronic eine hervorragende Wahl für alle, die eine vielseitige und leistungsstarke Powerbank suchen. Sie bietet eine hohe Kapazität und flexible Anschlussmöglichkeiten, was sie zu einem idealen Begleiter für unterwegs macht. Den aktuellen Preis finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Der Ugreen 2518-8 ist ein leistungsstarker und vielseitiger Powerbank mit einer Kapazität von 20.000 mAh. Sie bietet eine beeindruckende Ausgangsleistung von bis zu 100 Watt über den ersten USB-C-Anschluss, wodurch er ideal zum schnellen Aufladen von Laptops, Smartphones und Tablets geactet ist. Der zweite USB-C-Anschluss liefert bis zu 30 Watt und der USB-A-Anschluss kann bis zu 22,5 Watt liefern. Eine digitale LED-Anzeige zeigt den aktuellen Ladezustand präziser an, was die Überwachung des Akkus einfach macht. Einige Nachteile sind sein relativ hohes Gewicht von ca. 417 Gramm und das Fehlen von integrierten Kabeln, was für einige Nutzer unpraktisch sein könnte. Zudem könnte der hohe Preis für manche ein abschreckender Faktor sein, obwohl die leistungsstarken Funktionen und die Vielseitigkeit den Preis rechtfertigen. Insgesamt ist der Ugreen eine hervorragende Wahl für alle, die eine zuverlässige und leistungsstarke Powerbank benötigen. Er bietet eine schnelle Ladegeschwindigkeit, mehrere Anschlussmöglichkeiten und eine hohe Kapazität, was ihn zu einem idealen Begleiter für unterwegs macht. Den aktuellen Preis finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Die INEU B64 bietet eine beeindruckende Kapazität von 27.000 mAh, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für alle macht, die eine langlebige und leistungsstarke, tragbare Ladeoption suchen. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 140 Watt PD 3.1 kann diese Powerbank selbst leistungshungrige Geräte wie Laptops und Gaming-Konsolen schnell aufladen. Dank der drei verfügbaren Anschlüsse, zwei USB-C und ein USB-A, können mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden. Das Smart-LED-Power-Display zeigt in Echtzeit den verbleibenden Akkustand und die geschätzte Rest-Ladezeit an, was die Handhabung besonders benutzerfreundlich macht. Ein Nachteil des Geräts ist ihre Größe und ihr Gewicht. Mit etwa 550 Gramm ist sie etwas schwerer und sperriger als andere Powerbanks, was sie weniger ideal für den täglichen Transport macht. Außerdem könnte der hohe Preis für einige Nutzer abschreckend wirken, obwohl die Leistung und die Funktion den Preis rechtfertigen können. Zusammenfassend ist die B64 eine leistungsstarke und vielseitige Powerbank, die besonders für viele Reisende und Profis geeignet ist, die auf eine zuverlässige Stromquelle angewiesen sind. Trotz ihrer Größe bietet sie eine hervorragende Ladeleistung und Benutzerfreundlichkeit. Den genauen Preis des Produkts findest du über den Link in der Videobeschreibung. Die Anker Prime A1336 bietet eine enorme Kapazität von 20.000 mAh, was sie ideal für Reisen und den täglichen Gebrauch macht. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 200 Watt kann sie selbst energiehungrige Geräte wie Laptops und Tablets schnell aufladen. Die Powerbank verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss, die zusammen eine kombinierte Leistung von 200 Watt liefern, was das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte ermöglicht. Das integrierte Smart-Display zeigt wichtige Informationen wie verbleibende Akkulaufzeit, aktuelle Leistung und Ladezeiten an. Ein Nachteil dieses Modells ist ihre Größe und ihr Gewicht. Mit 522 g und einer etwas klobigen Bauweise ist sie nicht die handlichste Powerbank auf dem Markt, was sie weniger ideal für den Transport in Taschen macht. Ein weiteres Problem könnte die Wärmeentwicklung bei hoher Belastung sein, insbesondere im Sommer, was zu temporären Abschaltungen führen kann. Insgesamt bietet die Prime eine hervorragende Kombination aus Leistung und Funktionalität, ideal für Nutzer, die eine zuverlässige und vielseitige Powerbank benötigen. Trotz ihrer Größe und gelegentlicher technischer Probleme überzeugt sie durch ihre Ladegeschwindigkeit und das benutzerfreundliche Display. Den genauen Preis des Produkts findest du bei den Link in der Videobeschreibung. Die Vega V2503 bietet eine beeindruckende Kapazität von 25.000 mAh und unterstützt schnelles Laden bis zu 100 Watt, ideal für größere Geräte wie Laptops und Tablets. Die zwei integrierten Kabel, ein Lightning und ein USB-C Kabel sind besonders praktisch für den täglichen Gebrauch. Die Ladezeit beträgt etwa 1 Stunde und 45 Minuten bei einer 60 Watt Ladequelle. Ein Nachteil ist, dass die tatsächliche nutzbare Kapazität oft näher bei 22.000 mAh liegt, was unter der angegebenen Kapazität liegt. Außerdem kann die Powerbank bei hoher Belastung, insbesondere bei 100 Watt und unter 40% Restladung, instabil werden und sich temporär abschalten. Insgesamt ist die Vega eine leistungsfähige und vielseitige Powerbank, die durch ihre integrierten Kabel und hohe Ladeleistung überzeugt, aber kleinere Einschränkungen bei der Kapazität und Stabilität aufweist. Den genauen Preis des Produkts findest du über den Link in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!